Um schnell einen Punkt zu machen, der den Satz beenden soll, ohne erst mühsam auf das 1-2-3-Symbol drücken zu müssen und dann dort den Punkt auszuwählen, gibt es eine andere Methode, die wesentlich schneller geht. Und zwar tappt einfach mit zwei Fingern auf das Leerzeichen. Wie ihr seht, erhaltet ihr dann euren Punkt oder aber ihr tappt mit einem Finger zweimal auf das Leerzeichen. Je nachdem, was euch besser gefällt.